Hallo und herzlich willkommen zu Birtes Bettgeflüster. Heute geht es mal ein bisschen um den Mann. Und zwar habe ich eine Frage reinbekommen. Wie kann ich mal meinen Mann etwas überraschen und ihn an einer besonderen Stelle verwöhnen? Ja, eine ganz besondere Stelle für die Männer, neben der Prostata, die ich ja immer wieder sehr gerne hier bewerbe, gehört auch das Phrenulum dazu, zu den sehr erogenen Zonen. Das Phrenulum ist das kleine Bändchen, was sich vorne am besten Stück des Mannes befindet. Wenn ihr dieses stimuliert, ist es sehr, sehr intensiv für den Mann. Es ist vergleichbar mit der Klitoris. Es kommen ähnlich viele Nervenenden dort zusammen. Aber ähnlich wie auch bei der Klitoris, wie gesagt, ist es so, dass man nicht mit spitzen Fingernägeln da reinpiksen sollte, sondern eher sanft drüber massieren, gerne mit viel Massageöl, wirklich diesen Bereich stimulieren. Das kann auch einfach nur ein toller Handjob sein oder zum Vorspiel ist es auch sehr geeignet. Probiert es doch mal aus. Das war das, wir sehen uns.